Herzlich willkommen zum täglichen Kapitalmarkt-Update von Donner & Reuschel während der Corona-Krise. Ja, in den internationalen Kapitalmärkten kehrt weiter etwas Ruhe ein. Die Aktienmärkte stabilisieren sich weltweit. Der deutsche Aktienindex DAX notiert im Moment so um die 10.500 Punkte. Die Ölpreise haben sich von den Tiefstkursen relativ deutlich entfernt und die Zinsen für deutsche Bundesanleihen sind leicht gestiegen. Die dazu passende Nachrichtenlage ist etwas gemischt. So wurde für Deutschland gestern die Gemeinschaftsprognose von sechs führenden Wirtschaftsforschungsinstituten veröffentlicht. Man geht davon aus, dass das BIP in diesem Jahr, also das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, um etwa 4,2 Prozent sinken könnte. Das Ganze würde einhergehen mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf knapp 6 Prozent und etwa 2,4 Millionen Kurzarbeitern. Durch die staatlichen Rettungsmaßnahmen würde es im Bundeshaushalt zu einem Rekorddefizit in Höhe von knapp 160 Milliarden Euro kommen. Auch aus den USA gibt es gemischte Nachrichten. Auf der einen Seite wurden heute erneut über 6,5 Millionen Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung vermeldet. Und damit belaufen sich diese Neuanträge auf insgesamt über 16 Millionen innerhalb von drei Wochen. Aber auch hier wurde von politischer Seite gleich gegengesteuert. Die US-Notenbank FED hat ein Notfallkreditpaket zur Verfügung gestellt im Volumen von 2,3 Billionen US-Dollar. Und das soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen sowie Städten und Bundesstaaten zugutekommen. Ja, damit verabschieden wir uns von den Kapitalmärkten versöhnlich in das verlängerte Osterwochenende. Ich wünsche Ihnen trotz der etwas ungewöhnlichen Umstände schöne und sonnige Osterfeiertage. Und ich freue mich, Ihnen ab kommenden Dienstag dann wieder zur Verfügung zu stehen. Wenn Sie mögen, schauen Sie rein. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden mit Informationen rund um die Corona-Pandemie und natürlich mit aktuellen Entwicklungen zu Konjunktur- und Kapitalmärkten.